was ist denn das war kacke ich habe einfach ich habe aber wir haben einfach einen kuchen ohne mehl gemacht nur aus eier nur aus eiern schokolade karotten und sonstigem so jetzt kann ich nicht obwohl kann ich wohl kannst du warte ich leite das ganze weiter so geht ja gar nicht es geht gar nicht na egal geht nicht so nämlich eine schokolade hin und dann komme ich nur dann mache ich holen ich genau pack einmal rein ich nehme den honig direkt mit und einmal karotten brauchen wir noch einmal einmal karotten fertig währenddessen packe ich das ganze auf dem teller wenn es fertig ist kannst du nicht muss die schütte in den ofen packen verdammt so dann machen wir das so währenddessen schon mal er hat den feuerlöscher der liegt in der mitte ich geblockt der ist fertig der ist auch fertig so währenddessen können die wegpacken ich bin ich schmerzen der ist auf einer schüssel teller das ist doch hin ja habe ich doch da so ich meine schuld möchte ich mal anwerken einmal honig sind auch feuerlöscher gut das geht nicht oder warum habe ich holen ich in der art kommen ja du blöder feuerlöscher so genau mal löschen genau ich schnapp mir die schokolade packst du einmal eier rein wir brauchen eier und einmal mehl und einmal rein in den ofen und ich gehe teller wischen teller wischen teller wischen teller wischen so und einmal schokolade und einmal joghurt sag ich schon honig unten einmal in den misch an dem mischer an dem mischer den mischer den misch an den löschen den deckel ist mir alles viel zu stressig alles gut und es ist fertig gemischt ich komme nicht durch mit dem holig schneiden war der feuerlöscher da oben ohne schneiden man so der holig da oben lassen wir fertig geschnitten rum so was soll ich noch machen so als nächstes nur mit honig da ist das honig schon fertig dann weg damit so was so als nächstes wenn der fertig ist einmal wo ist der teller da ist der teller so ich schicke das hier runter sich auch noch recht stellen und schmeißen da unten auch wieder war genau als nur rein dann noch zweimal honig so der kann weg da oben ich komme da nicht durch so ich das mal eben hier ab wir können das oben mitnehmen oder kann man den weg dann hole ich dann bin ich eigentlich da bin ich mache eben genau dann genau jetzt bin ich verwirrt jetzt brauchen wir einmal mit honig und so bringt einer mit ich komme gerade nicht durch aber ja ja und der feuerlöscher ist eingesperrt verdammte axt und wenn ihr mal gucken wollte ich stehe da braucht eier karotten für den anderen brauchen aber schokolade ja schokolade haben wir dann schnappt sich einer mail ich kann gerade nicht hoch weil der feuerlöscher verdammte scheiße ich war jetzt ist jetzt bin ich wieder eingesperrt so einer nimm den feuerlöscher daniel befreibe ich mal eben naja ich gehe es erwischen oder sinning geht es auch gut brauchen mehl mehl so der kann weg der muss dann einer nur mit eier so bringt dann bringt wer mir mit kann ich gleich machen wenn ich freu gelöscht hat das feuer seid so richtig genau bringst du eben weg dann einmal okay belastet hast du hast kein service für feuer ich bin glaubt runtergefallen schokolade drin ach so weil verkackt oder weil es neu und mich einmal in die abgrund jieten haben wir leben noch und wir haben trotzdem drei sterne alles gut verflucht seist du keldi das schnabelt hier so wir brauchen rot 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 sind andere seite andere seite der ist lila das ist der andere der rote der rote weiter hoch einfach die treppe ich glaube das ist bestimmt oben oder ich kann noch boost geben boost vielleicht mit hinterm vielleicht irgendwo hinterm regenbogen nein was ist das scheiße da oben ist ein roter das ist echt einmal komplett außen rum fahren wiii dinge die ich schon immer machen wollte geh weg zeppelin oh unnötig ja story in die länge ziehen für zehn sekunden so wir sind im weltraum mit ich glaube das wird das level sein wo daniel einfach alles hast tut er das nicht so oder wieso ja aber das level ist einfach noch so wir hätten gerne pfangen wir hätten gerne pfangen das geht da voll klar das ist ja wirklich okay ich habe das einfallen lassen ja es wird schlimmer gut ja dankeschön für die vorwarnung aber auch ja was zur hölle haben die da schon geraucht das ist doch okay problem so genau einfach schnell genau du wirfst die sachen so wir brauchen nicht blöd das keine vorwarnung gibt aber ansonsten ok dann brauchen wir honig einmal vorwarnung wir haben ja er geht ein bisschen runter haben wir ja einmal honig einmal karotte und einmal schokolade und eine karotte einmal einmal pass auf daniel ich schmeiße jetzt karotte entgegen wenn sie ankommen tatsächlich groß so karotze natürlich kommt darüber und einmal der mit schokolade so die beiden können danach in den ofen richtig ja der andere ausstellen oder so ach komm fühle mich gekauft hier ist er fertig hä fehlt da was ist er noch nicht warum muss der in die hä ach der muss in die Pfanne das ist ein Pfannkuchen wie sollen wir jetzt noch Pfannkuchen von Kuchen unterscheiden wow geil so der oben kann weg so so dann hätten wir jetzt einmal Pfannkuchen Daniel bitte ok ha das heißt wer wird uns nicht überleben nein nein blubb neustach da gebe ich mir nicht die Schuld für ok so du hast mich davon weggepumpt ey dann achten wir jetzt mal auf Pfannkuchen und Kuchen ich glaube so ein Kuchen mit Honig und einmal Pfannkuchen das sollten wir hinkriegen ich glaube alles mit Honig ist Kuchen das sollten wir hinkriegen das klingt nach nur zwei sterben ja wenn du mich nicht runter schmeißen würdest so wir brauchen Mehl oh Gott aber das Level geht wirklich klar bestimmt nur doof an ja es dauert nur ewig lang pass auf ich schmeiß pass auf du schmeißt einfach das Mehl entgegen schmeißen und einmal Honig dann versuche ich mich irgendwie in den Abgrund zu stürzen kann ich das ja probier einfach mal Celine du kannst ihn theoretisch sogar fangen ach wieso ist der da zerfixe Honig genau du fängst die Sachen schneidest die dann und du machst mich dann so ich geh dann rüber und schmeiß das rüber was du brauchst so und Teller Teller sind oben bei Daniel ok der kann weg sobald der Kuchen weg ist äh ich brauche ein Ei ein Ei nein lass die Schüssel so die Teller äh wer bringt weg wir haben noch nichts zum weg bringen wir gucken wir haben noch nichts alles noch in Arbeit die Pfannkuchen drüben können nur weg ne ja aber der ist ähm ach so weil der mit Honig erst noch trinkt Geld und so ah 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 ich sie ok abgeben nein wir machen das schon richtig haha nice lord what even was this so so ich geh eben Sachen Daniel kannst du die Küchenmaschine eben weg bringen oder eher die Küchen ja kann ich machen so jetzt kannst du den abgeben dann brauchen wir einmal Pfannkuchen Daniel fang sag das doch früher Daniel fang zu spät hahaha Genatz Mann ey lass mich doch auch mal Assi sein so hier äh einmal Eier ey du musst schon treffen nochmal Eier so Selin ich schmeiß mir mal meine Eier entgegen das Wort wird beabsichtigt ne so als nächstes Schokolade so Selin ich schmeiß mir mal meine Schokolade entgegen das schaffst du nicht natürlich kriegt das hin da siehste so was ist nun mit dem Mehl was ist nun mit dem Mehl na da holst du gerade hin aber ich durfte nicht hier nimm mit hier nimm mit warum mit ne ich weiß Selin entgegen genau einfach Selin entgegen schmeißen die kriegt das schon hin so ich geh danach Teller wischen los Kopfwerf das schafft doch nicht das können wir von der Reichweite nicht hier nehmen sie dies zack an den Kopf werfen zweimal Mehl ich glaube so funktioniert das nicht wo ist denn wo sind die Teller wo kommt wo ist eigentlich ach da hinten ist die Spüle Sauerei so wer packt das an und kriegt einen Kurzschluss kann ich so wegschmeißen er ist einfach ins Wasser Jicht Jicht das sieht so aus als müssten wir es nochmal versuchen ich gebe mir nicht die Schuld in der Sache so pass auf einer steht ich nehme nie die Schuld für irgendwas so pass auf ich stehe und nehme alles an von euch und ihr geht da rüber ich schaff das da nicht rüber ok sie hat es gesagt ich laufe Daniel du oben ich unten so mach ich schon die ganze Zeit goddammit so so schmeiß mir was dagegen Celine kannst du schmeißen dann mach ich das nein ich kann nicht schmeißen ok ich gebe ich in das Wasser schmeißen das hat aber trotzdem viel schönes ja es hat einen gewissen Unterhaltungswert da kann ich zustimmen so Celine ich habe hier ein paar Eier mit deinem Namen drauf das schaffst du jetzt so dann brauchst du einmal Schokolade ja kriegst du sofort ja und einmal Mehl und einmal Karotte einmal Mehl Karotte Daniel halte dich bereit Karotte ist unterwegs Schokolade boh ey hier Schokolade ok ich habe es geschafft so pass auf ich komme rüber so Mehl, Eier, Schokolade rein damit ähm was brauchst du noch Mehl Mehl, Mehl ist Daniel ja Mehl kann ich dir geben so die Dings der Pfannkuchen ist fertig den kannst du reinpacken ach stopp ich glaube ich nicht mehr na stopp ich bring währenddessen den Teller mit ich gehe oben den Pfannkuchen abgeben da ist der Kuchen der kann rein der kann oben in die Dings ich nehme den Pfannkuchen mit ist Karotte und dann das Ei mit meiner Lebensinsatz yes unter Einsatz meines Lebens habe ich das Ei weggebracht kuchen dass du den weg mit dann ja ich nehme ich gerade erst mal zurecht finden so ich die teller bis hier ist noch ein kuchen mit dabei nicht von nehmen weil die korte ist drin ja dann kann er tatsächlich auch mit ihr da ist es ein fahrer ist also der kann also auch da kannst du weg bringen die vorbei dann bleibt einmal unten aber wo sind die dreckigen teller da unten ist einer eigentlich vor die schüssel gibt es mir nicht da steht so dann machen dann ich renne nach oben ich muss gesagt ich warte dann wollte ich so der ist fertig ein teller liegt nur hier okay ich kann ihn leider nicht schmeißen das ist ein problem ich traue mir das nicht zu lang so schwer sind die wege jetzt auch wieder nicht vor allem mit dir oder bleiben auch gut wo ist der mit schokolade wir haben noch keine schokolade so ist denn ihnen das brauchst du ja egal jetzt du kriegst gar nichts you get nothing good day sir egal haben wir trotzdem geschafft wie auch immer wir das hinbekommen haben du brauchst eier und wow Trotzdem irgendwie geschafft. Oder? Ja. Schubs ist Hilling von Rönde. Runterschubsen. Nein. Wow. Schon. So. Dürfen wir fünf Meter weiter fahren? Okay, wir fahren fünf Meter weiter. Nee, ich muss die Strecke nachfahren. Ich muss dem gelben Weg folgen. Ja, okay. Wieder zurück, weil es so schön war. Nachmann. Jetzt wird hier wieder künstlich in die Länge gezwungen. Ja, natürlich. Wenn schon, dann richtig. Eins machen wir, glaube ich, noch. Eins geht, okay. Eins kriegen wir auf jeden Fall noch hin. So, Küchenmaschinen. Wir hätten gerne. Das sind sehr viele Förderbänder. Wo sind die Sachen? Ach so, die kommen immer aus den Förderbändern raus. IC. Das müssen wir einmal drehen. IC. Das kommt da hin, okay. So, Mehl, Eier und einmal Honig brauchen wir. Ist der Honig da? Okay, ich immer schon. Genau, einmal schneiden. Den musst du schneiden. Den muss ich ja, stimmt, aber ja was. Und dann brauchen wir einmal Mehl. Warte, ich nehme es mir. Gibt es mir da? Muss nicht rumlaufen. Zu spät. Das kommt in den Ofen. Und das kommt in die Pfanne. Ich schwebe. So, als nächstes brauchen wir einmal mit Schokolade. Du schaffst es. Hallo? Da unten. Ey. Und einmal Honig. So. Drückt einmal den Knopf. Da ist ein Frankkuchen. Dankeschön. So, dann. Danach. Wo ist denn eigentlich die Abgabe? Da unten. So, ich fände das in Teller wischen. Da oben ist der mit Schokolade fertig. Der braucht noch Honig. Einmal Honig brauchen wir. Danach brauchen wir einmal Pfannkuchen mit Schokolade. Ich will einen blauen Knopf vorbei. Drückt bitte mal drauf. Was brauchen wir noch? Jetzt noch. So, dann einmal Pfannkuchen ohne alles. Und einmal Honig brauchen wir. Einmal Knopf. Dankeschön. Ach, der ist fertig. Der kann in die Pfanne. Das ist in die Pfanne, oder? Okay. Mir fehlt doch irgendwo ein Ding an. Ja, dann einmal mit Mehl und Eiern. Genau sehr rein. Mehl steht hier. Okay. Danach brauchen wir ein Kuchen mit Schokolade. Schokolade, wo ist sie? Da hinten, da müssen wir. Dann brauchen wir ein Ei. Wo ist der Teller? Da ist der Teller, Entschuldigung. Ich habe Schokolade. Passt. Das muss ich kurz rausholen. Kann einmal einen Knopf drücken? Danke. Schokolade ist hier fertig. Warte, der braucht ein Ei. So, der kann in die Pfanne. Die Schokolade noch, oder? Ja, Schokolade kommt da rein. Und dann einen Pfannkuchen mit Schokolade. Schokolade habe ich. Dann brauche ich einmal Mehl und Eier links. Der Kuchen kann in den Dings. In den Bums. Mehl und Eier. Boah, ein Teller. Ist gewischt. Ist nur Mehl und Eier. Was da drin ist, oder wie? Kommt da noch was rein. Dann der Kuchen kann auch weg. Da kommt noch Schoko mit rein. Das ist doch richtig. Teller. Warte, hier ist der Teller. Stell ab. Danke. Oder so. So, ich gehe Teller wischen. Dann einmal mit Schokolade. Der Pfannkuchen kann gleich rein. Dann nur mit Mehl und Eier. Oh Gott. Dann ein Ei einmal rüberbringen. Da ist der Knopf. Knopf. Einmal den blauen. Ich wollte das Ei. Ja, oder auch nicht. Nehm ich schon. Dann eins. Der Pfannkuchen kann gleich auch weg. Warte. Dann ein Kuchen. Schaffen wir sowieso nicht. Wobei doch. Den Kuchen können wir nur hinkriegen. Einmal Ei und einmal Honig. Einmal Honig schneiden und rein in den. Rein in den da oben? Ja. Teller. So. War doch schon mal gar nicht so kacke. Und als nächstes hätten wir einen Pfannkuchen mit Schokolade. Okay, wird gekocht. So. Einfach die Geduld behalten. Und dann sind wir sogar fast. Wie viel? Ihr habt doch Lack gesoffen. Team 17. Und zwar in großen und dezenten Mengen. Aber das soll nicht euer Problem sein. In diesem Sinne. Dankeschön fürs Zuschauen. Und beim nächsten Part gehen wir wahrscheinlich in Richtung Finale von Overcooked. Unglaublich. Dass wir das sogar hinbekommen. Du ziehst es Daniel. Normal. Ja, typische Daniel Begeisterung oder auch fehlende Daniel Begeisterung. Haben Sie anderes erwartet, dann sind Sie beim falschen Kanal. Noch einmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüdelü. Bye. Sly, möchtest du noch etwas sagen? Tschüss. Perfekt.